Seid ihr schon da? Ihr wisst ja, alles schmeckt besser aus der gelben Tasse, aber die Dr. Who-Folgen von dem Weihnachts-Special eigentlich eher nicht. Ich habe mich ja über die letzte Folge ziemlich lustig gemacht, wir rekapitulieren ganz kurz, ich spoil euch hier alles. Sorry, dieses ganze Voke, Non-Binary, Un-Binary Gelaber war grenzdebil sinnlos. Die ganze Rollstuhlgeschichte war im Nachhinein noch viel schlimmer, je länger man drüber nachgedacht hat, weil technologisch hoch entwickelt, aber ihr schafft es nicht mit einem Rollstuhl dann die Treppe irgendwie hoch und eure mobile Einsatzgruppe, ja, die kommt da dann schon in die Bredouille, weil der Führer, die Führerin nicht mehr da ist, aber tun wir das mal weg. Die nächste war diese Blue, was weiß ich was Folge und die hatte was, eigentlich, auf den ersten Blick, weil sie war Spannungsspaß und ja, keine Schokolade, aber Schnapspralinen hätten geholfen, diese Diskussion, dass der Doktor mit Donner unter Tatis auf diesem Schiff landen und man weiß eigentlich nicht, was passiert, das erzeugt er die Spannung, man hat keine Ahnung, was passiert, da bewegen sich Sachen, das ist alles irgendwie seltsam, dann war der diese putzige, bummelige Roboter, das war eine Show, auch visuell war das richtig gut inszeniert, achtet mal drauf, falls ihr nicht bisher darauf geachtet habt und ich habe gerade nicht darauf geachtet, dass die Brille dreckig ist, okay, kann passieren, also achtet mal drauf, dass sie teilweise auf Bändern laufen, weil sonst es mit dem Hintergrund und so weiter gar nicht passen könnte, also richtig gut gemacht, richtig creepy, auch creepy von der Art und Weise her, wie diese Formwandler mit Kopierfunktion da dargestellt werden, die sich immer mehr reinkopieren in die zwei und sie immer besser werden im Kopieren, das ist super creepy, weil wie kann man nachher unterscheiden, wer wer ist, tolle Geschichte, dann haben sie mich allerdings irgendwann verloren, leider gegen Ende, weil dann geht es schon los mit dem Übergang, wo dann der Doktor sagt, wir müssen jetzt alles schneller laufen lassen, es wird dir nicht gefallen und ich habe nur irgendwie den Bus nicht mitgekriegt, also den Bus nicht gehört oder wie auch immer, warum, also was bringt es, ach so, because then the next scene can happen, weil dann können sie da um die Wette laufen und der Doktor kann sein Ebenbild, das dann irgendwie so ein auf American Werewolf macht, dann da versuchen einzuholen, was natürlich sinnlos ist, aber der Roboter wird natürlich dann diesen Selbstzerstörungsmechanismus fast auslösen, tolle Show, tolle Kandidaten, keine Preise, jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, weil ich finde das immer interessant, dass manchmal Folgen und auch Filme, die richtig gut gemacht sind, die einen mitreißen, die tolle Besetzung haben, die toll gespielt sind, eine beschissene Auflösung haben und da muss ich leider sagen, bei den Auflösungen ist auch mein geliebter Iron Man nicht bei der 100% Skala, aber da können wir extra mal drüber diskutieren, wenn ihr nicht im Kopf habt, schaut euch nochmal so die letzte Szene an und überlegt euch, wie eigentlich ganz am Schluss das Ganze aufgelöst wird, eigentlich bloß durch, naja, dann lassen wir das jetzt, hier gehört jetzt nicht hin, hier ist die Auflösung, erstens mal, dass in dem Moment, wo der Roboter, der drückt, so wie ich es verstanden habe, ich hätte vielleicht auch nicht die Originalversion gucken sollen, aber wie auch immer, kommt ja die TARDIS wieder zurück, weil diese Imminent Danger, war schon so, oder? Die ist dann weg und dann kommt die aber auch im richtigen Moment und der Doktor, der schreist sich da rein und schnappt sich die nächstbeste Donner in der Nähe, naja, stellt natürlich noch eine Probefrage, merkt aber dann, dass die falsche Donner, die er da eingepackelt hat, dass die irgendwie, sie haben ja immer zu lange Arme, 0,6 Millimeter zu lang ist, das hat er natürlich in der TARDIS abgespeichert, gut, ich bin, jetzt kommen natürlich wieder die üblichen Fragen bei Zeitreisen, ich weiß, die darf man nicht stellen, er hätte ja auch einfach, also wenn es eng wird, in der Zeit zurückfliegen können, aber okay, wie auch immer, das, ich glaube, die Frage, die man nicht stellen darf, das ist wie beim Beamen mit Star Trek, da darf man nicht immer fragen, warum können sie nicht beamen, ja, because when the movie can happen, also gut, passt soweit, aber dieser, dieser Teil der Auflösung, dass es eigentlich nur ist, weil das Schiff schon in die Luft fliegt und die Explosion ist echt verdammt langsam, muss man sagen, aber gut, die Folge an sich hatte eine solide 3 und war eine visuell für eine Doctor Who Folge, finde ich eine 1, das heißt, in der Summe, man kann sie sich angucken, jetzt kommen wir aber zu The Giggle, Neil Patrick Harris mag ich, und ich mag ihn besonders, wenn er creepy ist, und er ist super creepy, und Puppen sind sowieso immer creepy, immer, alle, also diese böse Puppe, die da kichert und die dann durch diese, alles was eine Mattscheibe hat, diese ganze Menschheit befällt, ja, da fängt jetzt der Techniker, Physiker, Elektrotechniker in mir natürlich immer an zu schreien, aber ruhig brauner, ne, das ruhig brauner sollte man vielleicht auch aufhören, ne, ruhig schimmeln, äh, wie auch immer, ähm, da sollte man sich halt ein bisschen, ja, zurücknehmen, weil es ist ein Märchen, Doctor Who ist ein Sci-Fi-Märchen, eigentlich ein bisschen für Kinder, ein bisschen Kinder mit Gruselcharakter und erwachsene Kinder, die einen seltsamen Humor haben, also, akzeptieren wir das, ist alles okay, soweit. Wie heißt der dann, The Toymaker oder was im Englischen, ich glaube, so war der Name, äh, in dem Moment verlieren sie mich, wo wir wieder zur Auflösung kommen, weil bis dahin der Aufbau war ganz okay, dass es dann alle betrifft und so weiter, auch diese Anspielung mit diesen Spangen und mit denen, äh, die wollen bloß uns unter den Jochen mit ihren Impfungen, ja, das war die Anspielung, naja, gut, hätte man sich ehrlich gesagt auch sparen können, aber wahrscheinlich fällt den Drehbuchschreibern auch nichts mehr ein. Das Problem ist dann, als der Neil Patrick dann den Doktor dann umbringen will, weil er hat halt Spaß und weil er es halt kann und weil er halt die größte Kanone hat im Moment und weil er auf dieser Avengers-Plattform da so richtig so vor sich hin, ja, oxidieren kann. Und der Doktor zieht sich auseinander in zwei Doktoren, da ging bei mir natürlich die Hutschnur hoch und nicht deswegen, weil der weiße Doktor sich in einen weißen und einen schwarzen teilt, ist mir egal, der hätte auch noch eine Frau von mir aus rauskommen können, dann wäre das ein lustiger, flotter Dreier geworden, haha. Ah, nee, das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, dass in meinem Kopf gleich ablief, aha, euer, wie heißen Sie, Executive Producer, der wird gefeuert, wenn jetzt die nächste Season von dem Doktor Who jetzt wieder am Bach runtergeht. Das heißt, ich behaupte jetzt mal, dass die Drehbücher ein bisschen fluide sind oder zumindest mal immer wieder David Tennant rausziehen aus der Kiste. Wenn das die ganze Sache, wie der Amerikaner sagt, wie der Go South machen wird, boah, das ist ein Denglisch, da fliege ich gleich von der Schule. Also, wenn das daneben geht, dann können Sie den David Tennant wieder aus der Kiste holen, aus vielleicht der ähnlichen Kiste, in der nachher der Toymaker gelandet ist. Aber ich greife vor. Gut, also das war mir eigentlich schon wieder fast klar, wo es herkam. Aber der Endkampf, the final battle, war, dass sie sich Bälle zugeworfen haben. Und das war erstens mal schlecht inszeniert, weil man hat immer nur dieses gesehen hier, das trägt sich euch, glaube ich, in irgendeinem Programm problemlos zusammen. Das war komplett null spannend. Man weiß nämlich, wer überleben wird. Und wenn man schon was weiß, muss man schon versuchen, das wenigstens zu inszenieren, dass es irgendwie spannend wird. Einen minimalen Versuch. Jetzt könnte man natürlich auch die Frage in den Raum stellen, wie das Daniel Patrick da geschafft hat. So das halbe Universum da, so zu unterjochen, so nach seiner persönlichen Aussage. Scheiß, der hat ein Breckerl, oder ist das so gut? Also wahrscheinlich ist es so gut. Aber dann dürfen die Spiele ja nicht komplett random sein. Hm. Also, okay. Denkt man ja drüber nach. Ist halt ein Märchen. Gut. Warum haben die Drehbuchscheiber aber dann dieses blöde Ballwerfen genommen, was ja wirklich so... Es ist nicht random. Aber es hat zwar keine Spannung und es ist eigentlich auch nicht komplett logisch. Sie hätten doch viel mehr die Situation ausnutzen können, dass wir jetzt zwei Doktoren haben und ein Spiel nehmen können, wo man gewinnen kann, wenn man in der Mehrheit ist. Zum Beispiel nur einfach ein statistisch gut verteiltes Spiel oder für die Fantasielosen zum Beispiel Roulette. Einer auf schwarz, einer auf rot. Also, selbst wenn er die Bank ist, zwei gegen einen haben immer eine bessere Chance, nach welchem Kriterium zu gewinnen. Und es ist ja nur ein Doktor. Also, nur ein Doktor hat das Spiel angefangen. Also, gut. Da hätte man es vielleicht noch das Bundeszeitreisenverfassungsgericht. Wie auch immer, zur Rate fragen müssen, was in dem Fall gilt. Einigen werden es auf unentschieden, würde wahrscheinlich der schwarze Ritter sagen. Aber, seht ihr, wollte ich sagen, man hätte dem Ganzen, wenn man schon diese ganze Lage so hat, dann hätte man das doch ausnutzen können, dass es zwei sind und nicht wie dieses bescheuerte Ball werfen. Und nachher falten sie ja so richtig den Toymaker zusammen. Mein Gott, was für ein Wortspiel. Und natürlich hat er seinen Zahn verloren. Hm, hoffentlich hat er eine gute Zahnausfallversicherung, weil den einzusetzen, das wird nach der langen Zeit sicher ein Problem. Die Folge war, wenn man es kurz ausdrucken möchte, einfach schlecht. Servus.